Was bedeutet Interdependenz für dich? Mir ist wichtig, dass die Mehrheitsgesellschaft nicht automatisch davon ausgeht, dass ich mich anpasse. Ich habe im Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft Barrieren und es gibt ein Machtgefälle. Daraus sollte aber nicht folgen, dass man sich anpassen und die Anpassung erwartet wird. Die Gesellschaft sollte sich mit diesen Punkten auseinandersetzen und die Haltung dazu verändern. Und das hat etwas damit zu tun, dass man langsamer wird und in der Lage ist, wirklich zu berücksichtigen, was mit dem anderen im Raum passiert. Was dann nicht auf einer Transaktion basiert, sondern eher darauf, dass man den Raum irgendwie hält. Dass man, wenn man Assistenz bekommt, die Assistenz ja auch bezahlt, sodass die Assistenz halt auch was davon hat. Und von daher, das ist, glaube ich, auch schon wichtig, weil man sonst eine Abhängigkeit hat. Und zwar nur eine reine Dependenz, also nur eine reine Abhängigkeit von anderen Menschen aufgrund der Behinderung. Was einem eine gewisse Art von Selbstbestimmung nimmt, weil man dieser Menschen ja dann auch ausgeliefert ist. Das ist für mich eigentlich die positive Version von Fürsorge. Das heißt, dass nicht eine Person für die anderen nur da ist, sondern das ist eine Gegenseitigkeit. Ich habe manchmal sehr viel zu tun mit den Eltern von autistischen Kindern, die auch nicht über meinen Autismus fragen. Und die erste Frage, die die Eltern stellen, schafft mein Kind unabhängig alleine in dieser Gesellschaft leben? Und ich fange dann zu erklären, dass eigentlich niemand unabhängig leben kann, weil wir alle miteinander verbunden sind. Unabhängigkeit eine Illusion ist, eine Illusion, die sehr ableistisch ist, eine Illusion, der wir, ja, in der viele von uns aufwachsen und sich da auch erstmal hingeben und wir das versuchen aufrechtzuerhalten. Und dann, wenn wir es schaffen, diese Illusion, diese Blase irgendwann platzen zu lassen und uns eingestehen, dass wir interdependent sind, also alle in einem Netz von vielen abhängigen Knoten miteinander verbogen sind. Und wenn wir das anfangen, dann gibt es eine Möglichkeit, Empathie zu entwickeln, miteinander und füreinander. Dann gibt es die Möglichkeit, Hierarchien abzubauen, weil alle verstehen, dass sie einander brauchen. Und dann gibt es die Möglichkeit, das Stigma von Assistenz. Wenn Menschen nicht in Abhängigkeitsverhältnissen, dann auch schließlich in Bezug auf sich dominant und stark gebende andere Menschen leben können. Am Ende vom Tag sind wir alle einfach Menschen und die Dinge, die immer so dargestellt werden, als wären sie für Menschen mit Behinderung, wie zum Beispiel Barrierefreiheit, wie zum Beispiel eine Rampe, nutzen eigentlich auch allen anderen Menschen. Also zum Beispiel nutzt eine Rampe genauso gut eine Frau mit einem Kinderwagen, eine Person mit einem Kinderwagen oder älteren Menschen, die keine Treppen steigen können.